Das war ein closest Ding, da hab ich echt gedacht, Johnny erwisch dich. Nein! Oh oh. Ja! Ja! Nein! Nein! Buon suvamo muchachos! Wir sind wieder am Stizzle mit GTA 5 Challenges! Und zwar haben wir heute mal wieder ein richtig nices Hasta la Vista für euch. Ich bin im Team mit Barbossa und wir spielen natürlich gegen Igno und Jogi. Halli, 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 halli. Und schon geht's los, Muchachos. Nochmal, jetzt keine Anmerkung. Muchachos, ihr habt etwas geplant. Und zwar die Hasta la Vistas, die von Rockstar erstellt sind. Die kennen wir natürlich schon alle. Deswegen hatten wir die Idee, wir könnten das Ganze auch im freien Modus machen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr darauf Bock hättet, wenn wir Hasta la Vista quasi selber erstellen. Und das selber im freien Modus zocken, als Open World Challenge dann quasi. Schreibt das in die Kommentare. Und Muchachos, ihr könnt das dann sogar selber bestimmen. Ihr könnt einfach bei Google suchen nach GTA Online Map und könnt da selber mal einen Weg, den wir abfahren sollen, markieren. Ah, fuck! Fuck! Das war close. So, was ich sagen wollte, Muchachos, könnt ihr einfach selber markieren. Nicht dein Ernst! Und ich hab einen Johnny gefangen! Ich bin ein Igno. Ich hab einen Johnny gefangen! Digga, Igno, wo fährst du denn lang? So, Johnny ist down. Weg von hier. Wir waren stehen geblieben. Muchachos, selber auf der Map, am Handy, einen Weg markieren. Und dann hochladen bei Instagram oder bei Twitter unter dem Hashtag. Hasta la Vista Losers! Alter! Er hat so einen Glück gehabt. Und wenn da was schönes ankommt mit Jobtos, suchen wir uns das raus, nehmen das und dann spielen wir das in der nächsten... Ja! Alter, Alter! Deko der Vernichter! Deko der Vernichter! In der nächsten Ausnahme bist du da schönes Würstern gezockt. Oh! Geh weg! Ja! Schützi! Nein! Ja, hol den dir, Tiger! Weiter hoch! Geh mit meinem Fahrrad wieder! Nein, ich steh auf dem Fahrrad und ruf das hoch! Du stehst drauf! Ja, das ist so der Plan an der Sache! Und! Zurücksetzen! Und! Vorwärts! Platt! So, was war das Hashtag? Hasta la Vista Challenge! Hasta la Vista Losers! Zusammengeschrieben Hashtag Hasta la Vista Losers! Einfach unter dem Hashtag auf Twitter oder auf Instagram eine von euch ausgesuchte markierte Stelle suchen. Könnt ihr einfach die Map raussuchen. Wie gesagt, geht hier Online-Map und dann irgendwie am Handy mit so einem Strich markieren die Strecke, die ihr haben wollt. Und... Das klingt gut! Und dann werden wir das machen natürlich auch, ihr müsst den Zielpunkt für die Radfahrer markieren. Oder wir suchen uns den selber. Egal, könnt ihr machen wie ihr wollt. Also wir bräuchten so oder so Start und Zielpunkt, ne? Ja, ist ja dann Anfang und Ende der Strecke, die sie markieren, ne? Los! Los! Fahr, Baby! Fahr! Windschatten, Baby! Kann man mit dem Ding eigentlich springen? Leider nicht. Die Sprungtechnik geht nicht. Was? 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 Oh, oh! Wo? Wo? Da längs! Okay, okay! Diese Laterne, Alter! Ignorast zu dir! Ja, ich seh schon! Ach, Scheiße! Johnny ist hinten irgendwo aufgehangen, aufgefangen. Ja! Warum sind denn überall Steine, Martin? Martin, diese Steine! Die sind da in den Weg gesprungen. Die waren da vorher nicht. Ja. Die springen irgendwo einfach ran. Wann kommt die denn mal? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Da kommt er! Ah! Johnny ist hinter mir! Hilfe! Marvin! Geht Gas! Ja, okay! Bleib schnell! Ah! Wie ich nicht brauche! Outplayed! Outplayed! Oh, man! Wie schnell bist du denn? Was? Jawohl! Weiter, 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 weiter! Er hat mich! Er hat mich! Er hat mich! Nein! Alter, ich hab hier nur so ne gerade Strecke, ne? Ja! Ich krieg den nicht mehr! Ja! Oh! Komm! Ich komme! Oh, leck mich! Faster! Faster! Ah! Komm! Komm, 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 komm! Oh! Ich bin gleich da! Johnny, komm! Ich muss noch hochfahren! Johnny, komm zu dir, Marvin! Ich muss noch hochfahren! Und! Ja! 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 Mann, hab ich gedacht, Mann! Ja, supergeil! Brems wiegt das Grauen, Alter! Oh! Ohne Scheiße! Diko ist einfach nur wie so ne Muschi Flugbeink gegen die Wand gefahren und dann wird er nicht umkippt! Und dann würde ich ihn nicht kriege und ich muss... Ne, ich hab mich erwischt! Aber er ist dann zu schnell gewesen und dann konnte ich wieder aufs Fahrrad drauf gehen! Oh, Mann, ey! Puh! Oh, okay! Das war aber bei Johnny auch ein paar Mal ziemlich close! Ich hätte echt zu sein, bei beiden Malen, wo ich ausgewichen bin, hätte ich gedacht, du erwischt mich! Ich hab es gehofft! Wir machen den Angst! Ja! Erledige die Radler! Lkw-Fahrer! Erglenn! Gibt's hier eigentlich Windschatten? Oh, ne! Alter, diese Kurve! Ah! Fahren wir vorbei! Ah! Wieder so ne harte Kurve! Alter! Lass mich! Go! Schnapp ihn dir, Tiger! Ja! Ich hol mir den vordersten! Nein! Machst du nicht! Nein! Ich dreh dich! Sag ich doch! Johnny ist an mir vorbei! Puh! Puh! Oh, oh! Marvin ist irgendwo hängen geblieben! Ist das nicht gut? Nein! Ich krieg ihn! Hoffentlich! Und... Ja, ja, okay! Ich kann ihn wieder Fullspeed nehmen! Puh! Ja! Alter! Ah! Ries! Nein! 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 Wuh! Ey, du hast so einen Lack, Alter! Ja! Das war so schlecht gemacht von dir! Ich wär nicht weitergefahren! Nein! Nein! Ja! Du hast ihn? Okay, Johnny! Ich hab ihn! Oh nein, da ist Diko! Ja! Ja! Brab gemacht, Alter! Batz, Digga! Alter! Hu! Alter! Alter, da müssen wir auch noch mal ein anderes Astralavista! Winner, Winner! Ja, Mann! Oh ja! Die Astralavista! Das heißt, das ist jetzt der Krieg der Kotfliegen hier, oder was? Oh mein Gott! Der Krieg der Kotfliegen, Muchachos! Mit Verkehr! Das heißt, man kann so ein bisschen links-rechts fahren! Und wir haben jetzt... Diko, einer rechts, einer links! Wo wir zu fahren! Diese Astralavista kennen wir auf jeden Fall schon, Muchachos! Die kennt ihr auch schon! Hey! Falls ihr euch richtig nice Astralavista... Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh oh! Ah! Jubi, 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 Jubi! Ah! Jubi, Jubi, Jubi! Ah! Ich bin schon down! Oh oh! Nein, ich bin echt schon... Ich bin schon... Oh! Oh la la la! Oh la! Ich bin down! Oh yeah! Ich bin down! Nein! Was war das denn, Marvin, Alter? Hu! Hu! Nein! Oh oh! Nein! Oh oh! Nein! Ich... Hey! Marvin, Stopp! Oh! Nein! Warum Stopp? Ich hätte bei dem anderen Lkw... Im ersten Lkw hätte ich angehalten... Wäre ich stehen geblieben. Nein! Ich würde da raussteigen, dude! Oh man! Warum sagst du denn Stopp, weil hinter mir jemand ist? Ich hab nicht nach hinten geschaut! Die Wache wird unser sein! Du hast das mal Stopp gemacht! Hä? Ich hab sofort Stopp gemacht! So! Ja, egal! Du wärst eh zwei Sekunden später tot gewesen! Jetzt schauen wir! Aber man ist ja viel schneller da! Du hättest bei dem ersten schon stehen geblieben! Weil da sind sie ja beide links vor dem Ding lang gefahren! Ja, ja! Darf ich stehen bleiben, umgedrehen! Das wäre so... Aber egal! So nach vorne! Tutu! Das Gravabara! Das Gravabara! Das Gravabara! Tutu! Nochmal reingeschmissen, Muchachos! Schickt uns eure Astralavista-Streckenvorschläge bei Instagram oder Twitter unter dem Hashtag Astralavista-Losers! Wir wollen sie haben! Wir wollen sie fahren! Wir wollen rasieren! Tutut Jungs! Tutut! 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 Tritt links oben unten! Tritt links oben unten! Den haben wir hier! Nee! Johnny is down! damn! Come on, alter! Was ist denn? HogHOBO Johnny ist down, ich hab sein Fahrrad! Und irgnet ist auch schon down! Hol' ihn direkt, hol' ihn direkt ... Er läuft rum meine ich Ja! Ok! Ich muss sogar ... Es ist egal, solange sein Fahrrad nicht ist eigentlich egal! Sooooo... Er gemacht das hier zum Fuß! Ich kriegst du noch ein Fahrrad? Ahhhhhhhhhh Bobs Alter weg Junge Ey bis die das gerafften hat das Ignos Fahrrad Da liegt es Kannst du nirgendwo aufsteigen? Ja hätte ich gekonnt Ich hab grad schon überlegt kann man sich Autos nehmen Ne geht nicht wollte ich auch schon as Radfahrer nicht Schade Okay, aber die ist super schwierig Super schwierig Doch, also ich finde für die Fahrradfahrer ist diese Autobahn echt schwer Autobahn haben wir damals gerockt, Igno, nicht Ah, ja, okay, okay, okay Dann wollen wir mal Gegen Tobi auf jeden Fall Und jetzt kommen wieder die Arschfliegen Arschfliegen Jetzt werden wir zerquetschen, Igno, wen sagst du an, machst du platt? Vom Leder Bin ich schneller so? Mach Johnny platt, Johnny ist vor dir Ich bin vor ihm, hast du recht Siehst du, mach Johnny platt Du hast gesagt, du machst den platt, der vor dir ist Windschatten, Windschatten, Windschatten Jetzt musst du auch einhalten Oh 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 Ah, das sind beide auf meinem Arschloch Doch nicht, nur einer Ich bin hinter der LKW Der LKW ist auf meiner Seite Oh 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 Ey, Vorsicht Loll Oh, schade Oh 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 Alter, er mocht zehn Jahre zwei Nein Jaaaaaa Nein Arschfliege Arschfliege for the win Oh 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 Hier ist lange kein Oh Du Leser, sag das nicht dein Ernst Jaaa Los Er schnüttelt sich da an, fiel vorbei, ey Nein Oh Nein Nein Wie tump war das von mir Wie tump war das Wie tump war das Oh 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 Was für ein Glück Hahaha Marvin, Alter Boah Steig doch schneller auf, du Lappenkind Ah Nein Ich bin down Okay Ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr Ich fahr Ja Jaaa Kommt Jaaa Jaaa Schneller, schneller, schneller Ah Spiele noch zwei Do it Oh Okay, aber Marvin ist schlecht, die weitere, die schlecht weit gekommen Jaaa Marvin, ich passe nach hinten Oh oh, Johnny kommt weg Oh Wui Alter Schwede Hahaha Das war ein closes Ding, ey Da hab ich echt gedacht, Johnny erwisch dich Nein Oh oh Hier Hier Jaaa 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 Das ist unglaublich, Alter Das ist unglaublich, Alter Nein Nein Jaaa Jaaa What the fuck, Alter Blin, Alter Jaaa Jaaa Der hat mich die Arschfliege da durchwindet Alter Alter Schwede Oh 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 Nein Wow Ey, warum kippst du eigentlich gar nicht um? Oh Boah Jaaa 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 Das war's, oder? Alter, das war's Jaaa Boah Unglaublich Alter Schwede Marvin ist offiziell das Lack in Person Alter Marvin hat sich auf jeden Fall vorher mit Babyöl eingecremt, dein ganzes Körper Oh man, das war so klasse Der ist Aquaman Alter Okay, da hab ich echt viel Glück gehabt, das muss nicht so geschehen Alter, dass du da raus gekommen bist, what the fuck Unglaublich Oh man Eieieieieiei Und da hab ich doch irgendwie Angst, wenn es zu eng wird Hehehe Boom Okay Zeit Okay, wir schauen, ob die auch so wie Zeit für mich, um sich bei Igno zu rechnen auf jeden Fall Hallo Igno Igno Igno, wie ist es, vielleicht hattest du Sprinten? Spürst du schon den leichten Zug an deinem Arschloch? Ja Igno ist platt Boah Okay, wir holen uns erst den anderen Igno not platt Aber der fällt im Kreis Ja, wir holen uns erstmal den Donny Hallo Johnny Oh, der fährt auch nach hinten Marvin, fahr du vorwärts weiter Ja Nein Kannst du dir holen? Ahhhh Ja Ich bin hier gerade ein bisschen am Verzweifeln mit dem Lenken Aber es geht schon Ja Hallo Ah Oho Was ist dein Herz, Alter? Zache, ihr habt sich gerade gerettet, du Sau Komm her Nein Alter Nein, nein, fahr, 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 ja Ja Please Fahr, fahr zurück Ja, was? Ja Ja Hol ihn dir Hol ihn dir Hol ihn dir Tu dies Schau was, komm schon raus da Haben wir Fahr, fahr, fahr Fahr doch Komm schon Los Ja, schieb dich, ich schieb dich Ja, schieb dich, ich schieb dich Oh Scheiße Das ist richtig Das ist richtig haarig, Johnny wieder einzuholen Oh Mann Ich muss ein bisschen hier fahren Okay Demalz Demalz Sieger Ich seh ihn da hinten Ich seh ihn da hinten Ich bin richtig am Arsch Alter, wie weit er ist Alter, wie weit er schon ist Ich bin richtig am Arsch Nein, nein, wir kriegen ihn, wir kriegen ihn Go Fuck, 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 fuck Ja, ich kann nicht abhauen Hol Gas Wuh Alter Schwede Ja Ja Boom Wuh Match Gewinner Alto Belly Das waren zwei harte Runden 14.000 Dollar gab es dafür Puh, am Ende habt ihr noch echt Taktik-Marktik gemacht Aber wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben Das war auch noch eine geile Folie Die Arschfliegen haben gewonnen Schaut natürlich bei Igno und Jonsko vorbei Und nicht vergessen Hashtag Was war's Deko? Hashtag Hasta la vista Losos Schickt uns eure Hasta la vista Schreckenforschläge bei Instagram oder Twitter Wir wollen sie zocken Bis zum nächsten Mal Dein Gaum Ciao, ciao